so hier übrigens was für dich hinten das ist das das ist der ring von der maul wurfen jetzt sprich mir eine sprache hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's place starbase heute mit dem nightshade hallo dem triss und dem baskel und ich bin noch aktiv am farmen von der plasma box es ist alles so teuer ist kein spaß aber ich hab's fast bin jetzt bei 67 von 72 conductor ring und dann den rest habe ich auch schon fast alles da also ich nähere mich dem ende aber dann muss ich noch die halbe million haben für die baukosten also ein bisschen was da was noch und damit mir nicht komplett langweilig wird bei dem ganzen spaß was war das gerade hast du gerade gekotzt genossen ja machen was anderes wir haben ja ein kleines community company event geplant in dem wir mal testen wollen wie man am besten so eine mining aktion startet mit der gesamten company speziell später mit capital ships weil capital ships ist ja rausfahren und dann alle ziehen raus und meinen wie man es am besten organisiert da hatte ich eine idee gehabt und zwar das capschiff liegt raus dann hast du in dem capital ship einen ein bohrschiff und ein paar sammler also ein paar so ein paar saugfahrzeuge und dann haufen kleiner astroidenfänger so wie ich sie habe oben zum freiräumen der stationswege oder ähnliche geschichten spielt ihr gerade ja okay und das wow ist also motiviert das geil und dann halt ein haufen von diesen astroidenfänger das heißt dann alle astroidenfänger fliegen einfach nur raus aus dem stationsbereich des capital ships sammeln von draußen die astroiden ein bringen die zum bohrer und der bohrer sammelt die dann ein mit traktor beams und zerschrote sie dann während die sauger als aufsaugen und verstauen das ist so ein bisschen die idee das problem ist wir haben wieder die saugerschiffe noch die den bohrer vernünftig da man könnte die maulwofen nehmen oder ähnliche geschichten aber ich will etwas was spezielles haben was funktioniert und der baskel der hat da schon mal eine kleine kleine eine kleine idee umgesetzt und die wollen wir uns mal anschauen deswegen triss fahr uns mal runter und dann schauen wir mal was der baskel da vorbereitet hat so rückisch bis jetzt nur skizze ja ja genau also nur so groben eine grobe idee zusammen gesteckt und dann mal gucken was was eben dass er dich geht du hast jetzt gefragt wie groß und t10 ist ich habe heute eingesehen gehabt bei mir und was ich grob sagen kann ist sie ist etwa so groß wie der wie der kreis an der maulwurfen tatsächlich also ich bin rangeflogen und die die vier pathfinder beams waren quasi in allen vier ecken des astroiden zu sehen also jetzt ein bisschen größer als der kreis vom maulwurf das ist immer so ein groben anlasspunkt aber ich glaube so viele t10 werden wir nicht finden und das ist aber ne t8 glaube ich ne ne t10 ist das keine ahnung wir hätten da gefahren war schlimm oder das ding ist so eine pappschachtel weißt du und dann mit der damit quescht dann auch unglaublich nach natürlich die bremden wer brems verliert ich wollte jetzt nett sein irgendwann war ein bisschen schwer ich bin es nicht was okay dann legt man los in den starten eine gruppengeschichte genau und dann können wir die gleich beitreten ich muss warten bis ihr dabei seid wegen blueprint laden oder was habe ich nicht angenommen ich glaube ich habe nicht angenommen die einladung ich hatte ich hatte ich kriegt aber irgendwie software ich habe ich habe ich habe ich habe einladen wollen schon seine einladung anzunehmen das ist doch immer noch die die web-variante ich bin froh einfach dass es fliegt ich kann mal ein bisschen erze sammeln das war's okay der rest im blueprint ist nur noch in bearbeitung ja wohl das ist das mentler was wo wer so heißt das schiff ach so wir haben also kurze info zum beitreten eines blueprints das habe ich von chaosweaver gelernt also schiffe mit bis zu 4000 objekten da sollte man keine probleme haben beim joinen über 4000 bis 8000 muss das schiff am besten erst im test muss geladen werden bevor man joint und über 8000 kannst du es eigentlich vergessen aktuell hast du 1000 aktuell sind irgendwas 1280 hast du aktuell ja so ich war ganz kurz hier meine fenster so dass ich mehr sehen kann so die idee ist bei dir folgendes oh ok du hast jetzt starre laser angebracht also die oh ok sechs türme pro seite ok hier ist eine vierer eine vier turm variante ok ok also der plan ist folgendes wir haben wir haben hier vier boxen und in jeder box unten hast du einmal einen cargo loop cargo beam der cargo beam zieht den asteroid von oben drüber nach unten rein meine ich ja soll treten aber ich mir genau zieht er von oben rein und zieht ihn dann quasi auf höhe der der laser da werden sie von den rangefeindern entdeckt und halt eben sobald die was entdecken dann fängt er zu schießen und damit wird zerlegt nebenbei drehen sich die türme auch noch und machen dann halt eben mehr schaden und zerlegen somit den astroiden und so soll es auch warum die rote farbe das ist für mich weil ich gedacht habe für den blueprint wenn man den baut ich wollte erst jetzt die eine halle fertig bauen du siehst mit den ganz vielen rangefindern ja und dann soll quasi das mining setup also laser oder collector der traktor wie die rangefinder ein eigenes netzwerk sein und antrieb und das ganze gelumbe auch noch ein eigenes netzwerk alles klar ja später hingehen kannst im blueprint und kannst einfach die halle nehmen kopieren verschieben behältst du eine variablen bei musst du da nichts mehr großartig ändern umstellen machen tun genau genau dann einfach ein relay dazwischen dass die sache nicht rausgehen können fertig genau wirklich hardware technisch durch kabel getrennt aber wie machst du mit dem strom dann es wird wahrscheinlich schon dann sein dass sie die die ganze laser ausrüstung die ganze meinigen ausrüstung eigene generatoren und trotz hat und die andere eigene welchen vorteil auch zu ihr dadurch kein vorteil ist einfach jetzt die schnelle lösung ach so ok irgendwas mit mit trelle basteln oder mann anpassen oder sonst wie und so war halt einfach einmal fertig machen kopieren verdienen also die 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 variante memory relay wird wahrscheinlich die beste idee sein du kannst du zwar strom und informationen reinleiten aber es gibt es geht nichts zurück ja das könnte man natürlich auch noch ausprobieren ja warum so viele rangefinder braucht man die wirklich die idee war ein bisschen dahinter dass die rangefinder den 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 erzklumpen abtasten und dann quasi den lesern auch ein bisschen in winkel vorgeben und fängt von außen an die klumpen immer kleiner zu schrägern okay das wird das dürfte schwierig werden wahrscheinlich weil die idee deswegen hatte ich letztens die idee vorgestanden dass man so eine art ihres er macht weil dann hat man ja kreisförmig das angeordnet und kann den kreis öffnen und schließen was wir jetzt hier in dem einen wo die vielen rangefinder sind da ist schon so ein ring mit sechs lesern sowas oder wie man zu ja ich weiß ich kann sie sehr stark wir haben doch vor das tor so eine ihres ihres und das dreht sich doch so ineinander ja wenn man laser so anordnet kann man kann man quasi den astroiden von einer seite abfräsen wenn man ihn von unten durchzieht oder von der seite durchzieht je nachdem wie man es anordnet also das ist also fast fast ein spiel also meine idee wäre dass ich gewesen statt alle lese auf eine seite zu haben dass du in der box auf jeder seite zwei laser hast und dann an einem schönen langen beam und dann zugewinkelt auf die mitte da wo der traktorbeam ist quasi und und diese dieser beam ähnlich wie jetzt auch dein gestell hier der dreht sich dann dass du was dann drei drei dreiecke quasi die auf die mitte zeigen und dann drehen und damit so den astroiden zerfräsen und dann brauchst du im grunde auch nur einen rangefinder der sagt ist da was oder nicht weil der traktorbeam sollte das ja automatisch immer schön in die mitte reinziehen wenn er wenn er was erwischt und alles was dazwischen was dazwischen fliegt sollte eigentlich der laser erwischen so nun kann man halt eben noch dann kann denn der betreiber da noch mal ein bisschen reinballern und wenn du aus vier laser ein schönes gitter einfach machst und den astroiden einfach dadurch ziehst christian 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 so schönes muster hin wahrscheinlich dass es sicher ist also ich denke man dass da die ganzen ecken ausbleiben oder oder kommt natürlich darauf an wie feinde das geht ja was klar geht der testmodus hier im dings ja klar im gruppe ja dann macht auch testmodus an oder müsste das selbst machen genau genau da ist es schon genau kannst du den ring den kannst du schon so hier der dreht sich eigentlich eben zumindest naja jetzt wo dreht sich da was hier der große also die war aber wow die türme darauf wackeln hart nicht fest doch ja doch die sind fest aber das ist ja ja velocity drei und da merkst du das ist langsam ok 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 ich sehe schon hast du mal den stack gesehen wo der weiß ich nicht zehn 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 drehteller übereinander gestapelt hat nie habe ich nicht gesehen habe ich schon gesehen ja du kannst nicht 360 grad drehen weil du quasi auf einer seite machst du den mit dem beam machst du die ganzen teller fest und auf der offenen seite dann quasi machst du überall beams raus verbindest die ja und dann kannst du quasi sag ich jetzt mal so fast 360 grad kannst du vorne hin und her drehen mit wesentlich mehr kraft muss quasi immer hin und her zurück vor und zurück drehen quasi genau gut also ich glaube das mit den sechs lesen am drehen da können wir glaube ich knicken das ist so lahmarschig oder wird schon auch fast gesagt also immer so der text so wie das so wie das hier wackelt gerade auch schon habe ich echt eins aus der sachen einfach abfallen unterwegs so das spiel ist ja nicht ist ja nicht unbedingt fehlerfrei also ich habe jetzt ein bisschen bisschen bedenken bezüglich der haltbarkeit dann im voll einsatz also wir sagen dass eventuell ich würde dann sogar fast davon abraten auch nur zwei leser zu nutzen an der stelle man das wie gesagt war die idee ja das mit der iris ist fast fast einfacher genau also das war so die idee die wir hatten und die idee mit den vier boxen finde ich auf jeden fall super weil anstatt alle 30 leser auf einen punkt auszurichten kannst du lieber vier astroiden gleichzeitig bearbeiten und ich glaube bis dann schneller und effizienter als wenn alle 30 leser auf einen punkt gucken du hast vor allem was zu tun seht ihr mich meine ende oder ja 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 wir sehen ich ja auch hier ok in der mitte wollte ich einfach so quasi dann den kontrollpunkt so hin machen wenn du willst so eine kleine plattform wo der ende stehen kann jede kiste ihre eigene kontrollplattform wo du den ganzen krams dann steuern kannst fertig ja gut das problem ist du hast sowieso genug zu tun denn was noch passieren muss auf jeden fall ist dass du hier überall da wo diese beams zusammentreffen müsste im grunde ein kleiner turret hin mit einem traktor beam warum weil die du kannst mit dem mit den sammler nicht gezielt in den strahl die astroiden packen das geht nicht das schaffst du nicht also entweder brauchst du dann noch weitere schiffe die rumfliegen und die dann einzelne astroiden hier reinfliegen oder aber du machst dir überall türmchen mit traktor beams drauf und dann ist der betreiber dieses dieser laserbude rennt dann quasi von traktor zu traktor beam pickt visiert damit einen astroiden an drückt dann eine taste und dann zieht der turm selber den astroiden an eine vorbestimmte position und zwar auf eine position wo dann der traktor beam in der mitte ihn runterziehen kann erzklumpen konnte nur von einem traktor objekte können nur von einem beam erfasst werden geht geht auch von mehreren aber irgendwann kommen sie sich in die quere wenn sie da zusammenarbeiten aber im grunde gehen auch mit geht geht mehr als einer und meine idee wäre halt eben dass du quasi pro pro box hast du drei traktor beams obendrauf und jeder hat seine eigene position ist einmal traktor beam 1 ist jetzt hier sag ich mal traktor beam 2 dann darüber und traktor beam 2 nochmal darüber und der traktor beam von unten hat die länge der gibt es der hat eine länge der ganz bis nach oben reicht das heißt es sind immer ein astroiden nach dem anderen runter und sobald position frei ist kannst du dann halt mit einem traktor beam wieder ein astroiden dazwischen ziehen und fertig das ist so die die könnte man den nicht hier schön in die mitte bauen den siehst dann an und drückst dann eins und dann lässt das problem ist extrem lahmarschig das heißt du brauchst auf jeden fall mindestens zwei oder drei das heißt einer die drei samm ziehen die sachen langsam ran und so dass halt immer immer ein astroid da ist bevor dann der nächste gezogen wird das ist das problem der traktor beam erfasst das ist doch nur ein objekt ach so deswegen will sie mehrere haben genau genau das ist wirklich so mini mini schiffe mit einer mit einem mit log beams wo man wirklich ein einzelnen astroiden dann brauchst du dann brauchst du wieder wahrscheinlich wieder zwei betreiber für die für die laserbox jetzt nicht das handtool da gab es doch irgendwo einen typen der ist hingegangen und hat einen traktor beam ich habe das handwerkzeug gebaut okay wenn du jetzt an jeder ecke an jede kreuzung wie traktor beams baust hier in der mitte zurück mit rangefinder zum anvisieren und dann knopf drückt für box 2 und dann neben die von box 2 die traktor beams erfassen denen dann darüber und ziehen ihn darüber das wäre eine möglichkeit tatsächlich ja ist mir eine frage mit der winkelberechnung ohne xalium und ohne xalium wird das schwierig wie wolltest du es machen ja ich hätte gesagt dass es schriften der den erzklumpen hat schon versucht hier mit sich abzusetzen schon über der box du weißt schon wie groß diese diese sammler sind die ich gebaut habe so ganz ja doch die die grund die grundfläche von dem von dem von dem baubereich ist die sammelfläche versuch damit mal bitte in astroiden gezielt über den teil abzusetzen kannst du klicken das ganze komplett knicken das ding ist so groß es passt nicht mal in die astroiden abgabestelle der station da muss man ums eck rein wuseln dass es klappt also dass das wird nichts also das kannst du das kannst du nicht also wieder eine möglichkeit wäre logischerweise auch dass der typ dass der kollege der hier arbeitet einfach nur mit hand hält hat damit arbeitet das heißt du hast eine hand voll handheld traktor beams die bleiben in der luft stehen und du kannst sie dann anvisieren auch dann musst du musst aber jedes mal quasi eine nahrt nehmen anvisieren und runter ziehen und dann hoffen dass es passt ich werde lieber für fest und vor allen dingen ist besteht die gefahr dass die weggenockt werden oder die spawnen weil sie eben nicht als schiffe sind et cetera deswegen wäre ich halt eben für feste türmchen und die schaust du halt mit dem hebel jeweils und gehst einfach nur ran und ziehst du ein stück nach oben stück nach rechts dann visiert dann an und drückst einen knopf und dann weiß der traktor beam selber in welche position er muss damit der astroid über dem über den soundbecken ist quasi dann musst du dich um nichts mehr kümmern sondern drückst einen knopf und gehst zum nächsten quasi du musst nur einmal den als den traktor beam ausrichten auf den astroiden und den rest macht dann der traktor beam selbst das wäre so die idee die ich hatte wissen es sind auch nur ideen wir können da gerne uns zu unterhalten die außenseite so an die ecke für jede für jede box ein so ein traktor beam mit mit hebeln zum steuern einer würde für mich reichen das ist so nahmarschig die für sagen mindestens zwei besser drei also hier einen wo ich jetzt gerade stehe dann da wo du bist und dann da drüben auf der anderen seite nehmen die auch noch ein ja genau und dann hat jeder tat dann auch eine andere höhe wie gesagt tragt mit dem 1 pack den astroiden hier hin tragt mit dem 2 pack den hier oben hin und drei hier oben drüber und der von unten der kann der stu nach oben zeigen und sobald sein astro weg ist geht der strahl wieder länger und dann zieht er wieder runter und fertig dass man quasi sofort mehrere astroiden in reihe hat genau das ja das war das wäre der plan in dem fall ja so aber noch irgendwelche fragen zu dem traktor beam und irgendwelche die bessere ideen dazu zu den retter bims also ich gott mit laser iris auf welcher höhe macht man die denn so hier beim ersten beim ersten 34 80er wo ich jetzt stehe auf die höhe ungefähr die ich sehe ich gerade nicht mit der kunde hinter dir hinter dir da ok also wenn wir mit einer iris arbeiten wollen dann brauchen wir mehr als als sechs leser pro box und sechs leser kriegst eine sehr dürftige iris dann glaube ich ja schon auch beweglich muss ja nicht rund werden reicht ja wenn die immer wieder von außen nach innen wandern so dass ich die iris öffnet und schließt dann hat man die kompletten bereich immer abgefräst und zuletzt wird quasi immer der innere bereich vom astroiden erreicht und dadurch wird dann der abstand zum traktorbeam wieder größer so dass der traktorbeam wieder verkürzt reicht das nicht wenn du hier jetzt sage ich jetzt mal ein dran baust der die ganze zeit sage ich jetzt mal rechts links schwenkt ich denke ich auch tatsächlich ja dann wäre ja dann hast du halt nicht dann ist halt der mittelpunkt des astroiden nicht der letzte punkt der erreicht wird so dass dann der traktor schon wieder weiter runter zieht so dass eine seite nicht erreicht wird von den lasern weil die auf eine ebene arbeiten also du krieg krieg der krieg der erzklumpen quasi die unwucht wenn du so willst sieht vielleicht mystik ein oder man müsste dort doppelscheibenmischer machen also die sich in der kreuzung von der box das kaputt gemacht bastel ja klar kannst vier stück machen die sich dann immer mietig treffen und dann wieder nach außen gehen aber wir haben vier boxen das heißt wir kriegen bei 30 lesern kriegen wir sechs pro box klappt auf jeden fall bis über 92 punkten sechs mal vier sind wir genau 24 6 und vier aus acht mal vier wären zwei zu viel 7 würde also gehen sieben mal vier sind 28 28 jahre ist sich schlecht bauen ja ja also sechs hier so wie ist jetzt die karte mit dem ring dass der senkrecht steht halten die waagerechte gelegt und dann die laser drauf also ich würde eventuell sagen bei sieben diese anorten wie du sie hier hast eventuell aber fix und weitergezogen ja natürlich und dann halt in die waagerechte der ring in die waagerechte gezogen die die laser drauf würde ich würde so lassen zu lassen und dann in der mitte ein laser direkt in der mitte der einfach nur gerade ausguckt der bewegt sich nicht der ist fest der geht genau aufs zentrum da wo der wo der cargo beam quasi den astroiden hinzieht und die äußeren laser die schwenken quasi immer auf und zu wie so mit dem takt mit dem takt mit kannst du genau sagen auf welche höhe der den astroiden ziehen soll also ich würde es vermuten er zieht ihn auf die höhe von diesem kreuz hier quasi genau nicht durchziehen einfach einfach davor sehen und wollte oder wollte wirklich durchziehen ist auch durchgezogen ist vielleicht sogar einfacher dann können wir den ring oben machen ja ok direkt oben am rand und dann langsam durchziehen ist halt dann nur die frage ja auf jeden fall muss es dann größer sein und dann müssten wir statt dem den ganzen vielen rangefeindern nur drei vier rangefeindern packen und sobald die rangefeindern blockiert werden hört der hört der track nicht mehr auf zu ziehen bis die lese bis die lese zweck gefräst haben und dann zieht er weiter und dann zieht dann immer wieder durch das ist eine gute idee ja doch gefällt mir ja oder zumindest sage ich mit so einer reihe auf einer höhe genau 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 ich werde mal ganz kurz testweise ihr seht es ganz grund überschießt wieder mehr schiebke ja ja du siehst auch wenn jemand anders was anvisiert hier ich habe jetzt auch ein leser genommen zum beispiel da kannst du den auch gerade nicht benutzen so hier übrigens basteln für dich hinten da ja das ist das das ist der ring von von der maul wurfen jetzt sprich mir eine sprache hat mir hat mir dass ich den national gebastelt tatsächlich ich habe ich habe jetzt nur und das also wenn du wenn du den wenn du die größe durchziehen kannst dann sollte auch in tier 10 halbwegs durchgehen ist das ding jetzt bei mir ein gruppern drin ne du musst du ja mal kannst aber es ist kurz klar klar wenn du jetzt speicher ist bleibt der da so wie klar aber am besten speichert speichert als modul nummer selber ab dann hast du es auf jeden fall kann sein dass das modul dafür einmal genau neu machen muss ja genau da haben wir zumindest schon mal so eine größe quasi ne also bisschen bisschen größer als das dann sollte das eigentlich passen ja da sollte es natürlich auch ein bisschen reserve nach außen haben nicht dass das ding irgendwo direkt aneckt und das ding schon auseinanderfällt beim ersten astroiden ist ja selbst egal und wenn sie rumpelt dann weißt du noch meter da können sie auch zerquetschen wir packen die picken aus also damit in den boxen haben wir definitiv genug platz wir nageln vorne an die platte nageln wir picken dran und die hauen wir dann vor den astroiden okay wir machen wir machen einfach einfach 30 handheld lasern dann leset jeder von hand und fertig ja wäre das nicht dass wir doch auch geiler kommunizieren ganz ehrlich mit euch leuten mit euch möchte ich keine 30 leser in der hand halten weil ganz ehrlich da macht ihr nur scheiße mit nur scheiße man trifft ja alles aber nicht den astroiden definitiv ja und dann werden penisse gemalt und all sowas ja 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 nein nein ihr sowieso nicht okay also wir haben zumindest die die traktorbeam geschichte haben wir so weit schon mal geklärt die leser geschichten sind glaube ich auch so weit klar ist wenn du jetzt da die trümmer drin hast musst du dir ja da absaugen richtig dazu kommen noch zusatz nee dieses schiff ist nur zum lasern da es soll dazu noch spezielle saugschiffe geben deren aufgabe ist es einfach nur die trümmer aufzusaugen und vor allen dingen so viel speicherkapazität zu haben wie möglich das heißt den stellst du dahin die saugen die ganze zeit und warum nein warum speicherkapazität du bist in der station ja aber da musst du aber jedes mal alle nasen lang da rangehen und die umlagern weißt du lieber hinstellen und dann alle fünf sechs minuten lieber nur einmal leer machen oder 10 minuten oder 20 minuten anstatt alle nasen lang rangehen zu müssen ich meine wenn hier im hochbetrieb astroiden rangekarrt werden und die dinger permanent astroiden zertrümmern so wie ich mir das vorstelle dann sollten die kisten da ganz schnell voll werden weil die auch alles aufsammeln und das muss dann entsprechend gelagert werden und dementsprechend sollten die schon möglichst viel platz haben dass du nicht nicht direkt daneben stehen muss die ganze zeit um es umzulagern weißt du du kannst ja nicht automatisch nicht automatisch das system einlagern man müsste jetzt nur gucken wie man die saugschiffe am besten dann baut also wichtig auch das schiff selber das leser schiff muss geringe manövrierbarkeit haben also ich will dass man das in der safe so ein bisschen bewegen kann es muss nicht schnell sind aber zumindest muss es bewegbar sein und das testschiff selber sollte zumindest eine ausreichende geschwindigkeit haben dass es die 86 km fliegen kann von 27 bis zu unserer teststation ist es so schnell nicht schnell du musst halt nur genug sprit haben dass du ankommst wie lange du fliegst mir egal hauptsache es fliegt einer wie weit ist die station weg 86 km von 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 ne ich mal einfach von draußen ein paar triangles rangeklatscht das geht ja super easy jaja also also generatoren und den ganzen klattert dach sollen unten am ende der box rein mhm dass die alle den lasern und den den ohrs aus dem weg sind wir wie gesagt für das ansaugen kann man einfach ein miner hinstellen erst mal und dann die aussichten und kollektoren zum beispiel Kollektoren aber im Pulsmodus, um halt eben den Strom zu sparen. Also nicht ein aus, sondern Power hoch und runter setzen. Das ist super gut. Das spart eine Menge Strom. Das ist zum Beispiel auch Kasta jetzt umgesetzt. Das ist total geil. Ja, ist mega. Da habe ich bei meiner Mauten auch nachträglich umgerüstet. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und dann am besten halt eben, ich würde sagen, zwei Saugschiffe. Eins links, eins rechts. Und die so gebaut, dass die quasi genau auf das Ding drauf gucken und dann einfach nur saugen. Wir haben hier sechs Laser pro Seite. Ein Kollektor kann unter Volllast dreieinhalb Laser absaugen. Da das aber nicht unter Volllast laufen wird, würde ich fast sagen, dass ein Kollektor pro Seite fast schon ausrechnen soll. Sondern sonst nehmen zwei pro Seite. Das kann man ja mit so Saugrüsteln quasi, weißt du? Das fährst du mit den Saugrüsteln ran, in die Boxen quasi so halb rein und dann war es das. Das wäre so die Idee. Das hier sind heute mal drei, sechs, zwölf Meter. Das heißt, du könntest mit deinem Sauger noch acht Meter außerhalb stehen. Genau, genau. Mindestens. Mindestens, genau. Und dann wird so geparkt, dass du quasi zwei Boxen erreichst und fertig. Und dann würde ich sagen, so locker 400 bis 500 Quail sollten auf jeden Fall drin sein. Eher so 1000. Also wenn da einer von euch Bock drauf hat, den zu bauen oder auch wenn ihr Zuschauer gerade noch Bock habt, hier noch Ideen habt für das Bohrschiff oder für die Laserboxen oder Ideen habt für das Saugschiff oder an dem Saugschiff mitarbeiten wollt oder dem Schiff hier mitarbeiten wollt, kommt ins Discord. Logischerweise, ihr solltet nur mit der Company angehören, das wäre wichtig. Und im Discord dann, im Starbase-Channel wird dort alles weiter besprochen. Da könnt ihr euch dann auch melden, falls ihr noch Bock habt, an den Vorbereitungen mitzuwirken oder zumindest beim Event dann am 5. März war das, ne? Ja, 5. März war das, ne? Lass mich gucken. Ja, 5. März. Am 5. März, wenn ihr mit dabei sein wollt, dann auf jeden Fall auch im Discord vorbeischauen. Denn dann wird das Ganze ein bisschen live getestet. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Das wird auf jeden Fall ein Live-Test erstmal nur und gucken, wie es funktioniert und gucken, was funktioniert vor allen Dingen. Es kann sein, dass wir feststellen, wie ist das? Die Aktion ist eigentlich ganz schön scheiße. Wir nehmen einfach Miner und fliegen raus und Miner und so. Aber ich fände es halt ne coole Aktion so. Also mein Wunsch wäre halt wirklich, einer ist hier, der macht die Laserboxen. Dann haben wir eine Maintenance-Crew, zwei, drei Leute, die halt eben so die Saugschiffe ständig leer machen, die Fuelrods austauschen und leer machen, die die Schiffe auftanken, die ankommen und so weiter und so fort und halt eben dafür sorgen, dass alles smooth läuft. Und dann haben wir die Sammler-Crew, die einfach nur mit dem Sammler rausfährt, Sachen reinbringt und dann ablädt und dann der Laser-Typ nimmt alles wieder auf und sammelt wieder alles ein und fertig. Und das wäre halt ein, es wäre halt ein cooles Company-Event mit vielen Leuten. Und ob das klappt oder so, weiß ich nicht. Es ist einfach nur in so einer unruhigen Minute mir aus dem Kopf entsprungen. Und ich bin gespannt, wie das letztendlich wird. Ich sehe schon, ihr baut hier gerade eine Flasche an, an der Iris jetzt weiter. Ja? Ja, wir haben gerade mal probieren. Mhm, 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 mhm. Ich glaube, dass wir hier draußen schon mal direkt einen Winkel hinkriegen. Mhm, mhm. Für den Laser. Und ich meine, da das Ding ja auch relativ stationär ist, man kann es auch später noch sogar schön machen. Also übrigens, das Bauen selber wird logischerweise durch die Company-Kasse bezahlt, da es ein Company-Schiff werden wollte. Es geht nur darum, dass wir erstmal ein Design haben, was wir überhaupt bauen können, ne? Das ist schon mal noch mit dazu erwähnt. Man könnte es auch völlig ohne Generatoren bauen und den Strom von einem anderen Schiff rüberholen. Das Problem dabei ist, dass die Stromverbindung zwischen Schiff und anderen Schiffen laggt. Heißt, das Schiff verbraucht erst Strom, dann merkt das andere Schiff, oh, das braucht ja Strom, und dann schickt es erst Strom und indessen ist das Strom bereits wieder leer. Deswegen brauchst du zum Beispiel bei dem Handheld-Laser mindestens zwei Batterien, besser drei sogar. Weil der verbraucht so 6000 Energie pro Sekunde, aber das Schiff braucht ca. vier Sekunden, bis es den Strom nachliefert. Und dann immer nur genauso viel gerade dem Moment fehlt und dann leckt es wieder und so weiter. Also es ist nicht ganz so direkt möglich, wie es halt eben bei dem Laser-Schiff ist. Okay. Beim Strom würde ich auf jeden Fall sagen, nehmen wir weiterhin ganz normale Tier-2-Generatoren, ne? Die Tier-2-Generatoren und die Tier-2-Fuel-Chambers. Tier-3 wären glaube ich zu teuer und nicht notwendig. Mhm. Wobei du hier bei der stationären Sache gut auch Enhancer draufbauen kannst. Äh, Enhancer haben sie gefixt, ne? Ja, endlich. Enhancer sind komplett gefixt, bei jeder Geschwindigkeit, in jedem Winkel funktionieren die Armwandfrei. Mhm. Cool. Ja. Habe ich gefordert verbaut. Ja, ja, ja. Ich hatte auch bei meinem ursprünglichen Plan der Plassenbox, hatte ich auch keine drin, gleich mit reingebaut. Fertig. Zack. Hattest du die Ohrkasse doch direkt gelohnt. Ähm. Jut. Aber Mädels. Ich seh schon, ihr seid gerade hoch konzentriert. Ich lasse dich mal alleine. Ich bin gespannt, was ihr noch weiter rumtüftelt und was denn noch draus wird. Ähm. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie gesagt, wenn jemand Bock hat mitzuhelfen oder Ideen hat. Discord. Starbase Channel. Wenn jemand den Sauger bauen möchte oder am Sauger mitbauen möchte, wenn der jemand schon dran ist. Discord Channel. Und wenn ihr mitspielen wollt. Na? Ha? Discord Channel. Richtig. Wie üblich, wenn's Video gefallen hat, gerne noch zu subscriben. O-Links rechts auf die Wiese klicken. Da gibt's ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wieder bis dahin. Tschü tschü.